Willkommen Trader zum vierten Handelstag der Woche und wie immer jeden Morgen der Live-Besprechung einiger interessanter Chart-Situationen. Vorbereitet habe ich heute Euro-Britischer Fund, dann haben wir Schweizer Franken, japanischen Yen und US-Dollar, japanischen Yen. Nein, US-Dollar, japanischen Yen haben wir nicht. Wir haben den australischen Aktienindex, den ASX200 auf der Agenda. Das also heute hier in der Vorbereitung und natürlich sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Dazu bitte einfach rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook und ich kümmere mich sehr, sehr gerne um den ein oder anderen Chart. Das eine Fragefeld von GoTo muss ich mir noch aufmachen, kurz einen Augenblick, damit ich die Fragen hier auch sehe. Und danke auch für die guten Morgengrüße, die gebe ich sehr, sehr gerne auch zurück. Matthias, Olaf, Gerhard, Elena, grüß euch und damit geht's los mit dem Webinar für heute und dem Risikohinweis an erster Stelle. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlust führen und damit gehen wir gleich mal in die Tagesnachrichten hinein. Für heute bekommen haben wir schon die Handelsbilanz aus Deutschland, die ist ein bisschen geschrumpft. Wir sehen es hier, ein rotes Ergebnis, etwas, das ja immer wieder mal an den Märkten passiert. Das ist jetzt so, wie es ist, was der Markt jetzt daraus macht wird. Wir sehen auf alle Fälle hat das definitiv Auswirkungen. Den Trump wird sicherlich freuen, wenn der Handelsüberschuss etwas geringer ist. Heute haben wir ja auch das Währungspaar Euro, britisches Pfund auf der Uhr. Da müssen wir immer auch so ein bisschen schauen, was das Thema Brexit macht, gute oder schlechte Nachrichten zum Thema harte Austritt, also Austritt mit oder ohne Deal. Das sollte man ja an dieser Stelle besser sagen. Ja, das beeinflusst ja immer so ein bisschen die Währungen. Von der Seite her ist es halt wichtig zu schauen, was machen Wirtschaftsnachrichten aus Großbritannien. Und da kommen wir heute in den Genuss der Bruttoinlandszahlen. Wir sehen es hier, um 10.30 Uhr gibt es diese wichtigen Nachrichten für uns. Dann gibt es auch um 10.30 Uhr die Industrieproduktion und die Produktion des verarbeitenden Gewerbes, sowie die Handelsbilanz der Briten. Und um 11.20 Uhr dann hier spricht der Bank of England, Governor Carney. Das also im Vormittagszeitraum aus den britischen Büchern. Was gibt es noch? 13 Uhr den OPEC Monatsbericht. Gestern hatten wir auch die aktuellen Zahlen hier vom API, nein API nicht, die Rohöllagerbestände. Ich gucke gerade nochmal rüber. Da gab es einen Zuwachs und zwar von 2,9 Millionen Barrel. Also das gestern auch im Öl erwartet war ein Zuwachs von 1,4. Jetzt waren es 2,9 Millionen. Das ist also etwas, das sich durchaus mittelfristig auch negativ weiterhin auf den Ölpreis auswirken kann. Das zum Öl. Weiter geht es am Nachmittag um 14.30 Uhr dann aus den USA. Ein paar Nachrichten um das Thema Verbraucherpreisindex. Und die Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden uns heute in den USA auch zur Verfügung gestellt. Weil das hier einige wichtige Nachrichten und wie immer auch verbunden mit der Bitte eigenes Research zu betreiben, weil es gibt natürlich viele, viele Instrumente. Das möchte ich an dieser Stelle hier gerne auch noch einmal zeigen. Kurzen Augenblick. Ich hole mal schnell die Website von Tickmill mit hier rüber. Einfach mal auf die Website von Tickmill raufschauen. Und es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert hier oben drauf zu schauen, weil wir sehen hier einige Übersichten. Das Ganze müssen wir natürlich mal noch auf Deutsch umstellen hier an dieser Stelle. Also sehr, sehr gute Spreads. Competitive Broker. Wunderbar zum Traden auch geeignet. Schnelle Ausführung. Und was ich sehr, sehr schön finde, was mir auch persönlich im Handel auch entgegenkommt, ist die breite Auswahl an Handelsinstrumenten. Hier die Instrumente. Wenn man da mal drauf schaut, wir haben Devisen, Anleihen, Aktienindizes, Rohstoffe und Edelmetalle. Insgesamt über 80 Dinge, die wir hier zum Traden jeden Tag benutzen können. Und das ist ganz einfach sehr, sehr interessant und zum Trading auch gut nutzbar. Das heißt an dieser Stelle gute Portfolio-Mischmöglichkeiten. Und da schauen wir halt jeden Morgen hier in die entsprechenden Charts rein. Wir starten jetzt mal hier mit dem Währungspaar Schweizer Franken, japanischer Yen. Wir sehen es am Laufen. Der Markt hier schon längere Zeit eher abwärts gerichtet. Wenn wir das Bild mal etwas kleiner zoomen, wir sehen es. Es geht wirklich Stück für Stück nach unten. Und wir sehen hier auch immer schöne Arme, Korrekturen und Bewegungen. Alles schön am Schnürchen nach unten laufend. Und was ich halt immer interessant finde an diesen Stellen ist, dass wir halt auch schön die untergeordneten Trends am Laufen haben. Das funktioniert hier relativ gut. Und wenn wir uns das jetzt mal mit Blick aus der Nähe anschauen. Das heißt, wenn wir uns mal den aktuellen Bewegungsarm auch anschauen. Der hat hier unten leicht dieses alte Tief unterschritten, bevor dann hier doch eine deutliche Korrektur nach oben anfing. Wenn wir hier, sag ich mal, in die Situation kommen, dass unten nicht viel rausgekommen ist, dann ist das jetzt ein Verhalten, was man an dieser Stelle nicht unbedingt überbewerten darf. Man hat es immer wieder gesehen in diesem Index, dass es hier, schaut euch mal den Aufwärtsschub, da ging es mal kurz drüber, dann wieder tief in die Korrektur und dann ein ganzes Stück nach oben. Das hat man hier immer mal an dieser Stelle hier auch zu sehen oder gesehen. Das ist jetzt noch nicht weiter dramatisch. Selbstverständlich kann das auch dazu führen, dass wir hier einen Boden haben, der in gewissem Zeitabstand in der Zukunft dann irgendwann mal zu einer Umkehr führt. Das kann alles passieren. Da stehen wir heute nicht. Heute stehen wir an einer interessanten Stelle, nämlich genau wie gestern hier in diesem Widerstandsbereich. Der Widerstandsbereich hier an diesem Ausbruchlevel. Also hier, wo sich untergeordnet dieses ganze Trendige gebildet hat, dieses Gebilde, das sehen wir auch schön, wenn wir in die Stunde reinschauen. Und das ist nämlich interessant. Bekommen wir hier nämlich die Situation von Stärkereien, das heißt etabliert sich der Markt über diesem Widerstandslevel, dann haben wir die Chance noch weiter nach oben zu laufen. Wir können ja im Sinne dieses laufenden Magenta markierten Abwärtstrends ohne Probleme hier oben bis in die Marke von 109 hinein korrigieren. Dazu müssen wir aber drüber. Und deswegen bietet dieser Widerstand ein ideales Level, das Ganze zu beobachten. Wie schon gesagt, korrigiert der Markt weiter, stabilisiert er sich hier oben drüber. Und dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir eine Chance haben, hier in diesen Hochbereich um die 108,6 reinzulaufen, beziehungsweise dann hier oben in etwa das Level von 109. Dreht er aber um der Markt, wir sehen es ja, der Markt ist hier auch im heutigen Tagesverlauf etwas unentschlossen gewesen. Er hat hier eine Umhüllungskerze gemacht. Hier hat er den Trend gebrochen. Hier ist er wieder oben drüber gelaufen. Das ist so Unentschlossenheit. Dreht der Markt rum nach unten. Hier haben wir es liegen. Der nächste Punkt nach unten für die Aufnahme der Bewegung in Richtung des übergeordneten Trends haben wir liegen hier die 107, knapp 7. Hier unten die 107, 1. Und dann haben wir schon das Trendtief auch da. Und wie schon gesagt, die Stunde verrät uns hier ein bisschen mehr. Das klenke ich mal etwas näher zusammen. Hier habe ich es gezeichnet. Das ist der große Schwung in der Stunde. Und wie schon gesagt, das ist das Korrekturlevel, was wir hier gerade haben. Und hier sehen wir es. Der Markt ist hier runtergelaufen, hochgelaufen. Jetzt müssen wir einfach schauen, was da kommt. Und wie ich sage, wenn es zum Trendbruch kommt, dann haben wir das Signal, eher die Unterseite anzugehen. So weit ist es aber noch nicht. Aktuell hat der Markt hier noch keine Entscheidung getroffen. Das also zum Schweizer Franken, japanischen Yen. Und damit gehen wir in den, wo habe ich es gesehen? Hier, euro-britisches Fund. Nicht, dass ich jetzt das falsche Währungspaar wieder nehme. Euro-britisches Fund. Das Ganze natürlich auch im Tagesschart zu sehen. Und wir sehen momentan wieder die Situation, dass man für den Euro mehr britische Fund bekommt. Das haben wir immer wieder dann, wenn wir in letzter Zeit beim Thema Brexit die Situation offen hatten, dass wahrscheinlich irgendwas ohne Abkommen rauskommt. Nun ist das Ganze ja, wir wissen es inzwischen, ein bisschen tricky geworden. Johnson darf ja nicht einfach so ohne Abkommen aus der EU rausgehen. Heißt also, er wird möglicherweise hier auf eine Verlängerung dieses ganzen Prozesses in Antrag stellen, dass sie länger in der EU bleiben dürfen. Mal sehen, was wird. Was der Markt momentan macht, ist einfach, er preist hier gewisse Szenarien ein. Wir sehen den weiteren Anstieg. Das heißt, das britische Fund wird schwächer. Und das ist der Schub, den wir hier aktuell nach oben auch sehen. Hier oben haben wir wieder auch ein Widerstandslevel hier. Dieses Level, als der Markt hier den Abwärtstrend gebildet hat. Das ist die Marke von ungefähr 0,9015. Hier laufen wir jetzt rein. Wir sehen aber, in letzter Zeit ist es so passiert, hier oben sind wir nicht so richtig rausgekommen. Das heißt, der Markt ist hier vorsichtig. Zwei Dinge sollten wir jetzt auf der Uhr haben. Natürlich, so wie in dem anderen Chart gerade auch gesehen, gibt es hier die Möglichkeit, dass der Markt durchaus dieses Widerstandslevel überschreitet und wir dann den Schub weiter nach oben sehen. Dann sollte man natürlich hier im Blick behalten, was passiert denn an diesem Widerstandslevel hier oben am aktuellen Trend hoch. Also das ist ja das Korrekturhoch, dieses Abwärtstrend. Das ist das eine. Das zweite Szenario allerdings zeigt uns ganz klar, wenn wir uns mal an den Abwärtstrend hier auch halten. Wir haben hier einen valide nach unten laufenden Trend, der durchaus auch die Chance hat, sich nach unten zu orientieren, wenn es zur Umkehr der Nachfrage kommt. Und das sehen wir halt schön im Stundentrendverlauf. Aktuell ist hier der Aufwärtstrend noch da. Das sehen wir hier oben. Trendet der Markt wirklich sehr, sehr schön nach oben. Was wir allerdings mittlerweile erkennen können ist, ich zeige das mal ganz kurz auf, wenn wir mal diese oberen, ja sag ich mal, das Top oben nehmen und mal unten verbinden. Das ist eine Art Keil, die sich hier bildet. Und wir wissen ja aus der Chartanalyse, wenn sich so ein Keil bildet, Keile werden in der Regel eher durch die Unterseite verlassen als durch die Oberseite. Das heißt, die rein technische Sachlage, die wir hier haben, ist eher im bärischen Bild. Und hier, wenn das Ganze nach unten durchbricht, dann haben wir die Chance auf der Unterseite, in die Unterseite reinzulegen. Und dann haben wir im kurzfristigen Bereich natürlich erst einmal das Tagestief liegen, hier bei 0,89,200. Das ist auch hier dieser Schwungbereich, den wir hier in der Stunde gut sehen können. Die Tagestiefs liegen ja einfach begrenzt durch die Zeit an einer Stelle, ohne dass das Einfluss auf diesen Trendverlauf hat. Aber wenn wir uns mal diesen Trendverlauf auch anschauen, wenn es nach unten bricht, Anlaufmarke, hier haben wir ein schönes Staulevel gehabt auf der Unterseite bei 0,88, 4,75, 5 in diesem Bereich. Und dann haben wir hier unten schon das aktuelle Trendtief bei 0,87, 8. Das sind die Marker, die wir hier gut erkennen können im Verlauf der Stunde. Und natürlich sehen wir es auch im Tag. Und wir sehen es halt auch, was der Markt hier gemacht hat. Schaut es euch an, hier haben wir den Markt nach oben trendend gehabt und hier ist einfach der Bruch gekommen. Dieser Abwärtstrend ist federführend. Und von der Seite her, wenn hier tatsächlich eine Umkehr zur Unterseite hinkommt, haben wir die Chancen tatsächlich zur Unterseite definitiv auch. Und das hier im Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Und dann schauen wir jetzt nochmal rüber in die Indizes. Und da sehen wir hier aktuell mal ausgewählt heute den australischen Aktienindex, AUS 200, das Kürzel hier. Das ist der ASX 200, hier auch schön nach unten trendend. Jetzt haben wir hier auch, genau wie ich das vor kurzem im Eurostock 50 gezeigt habe, so eine schöne flackenförmige Konsolidierung nach oben. Und ich habe ja schon gesagt, ich erwarte so ein bisschen, dass die Märkte ein bisschen rumzicken. Und das ist auch das, was wir hier momentan so ein bisschen sehen. Der Bruch kam nach unten. Ja, und jetzt fehlt dem Markt so ein bisschen die Dynamik. Also richtungslos momentan so ein bisschen, wenn das Ganze weiter nach unten geht. Wir sehen es ja hier. Der Abwärtstrend ist auch da. Wenn sich es weiter nach unten entwickelt, das ist dann die Phase, dass wir hier unter dieses Tief dieser Tageskerze hier weiterlaufen müssen. Das Low haben wir hier bei 6.516 Zählern. Das ist dann die Situation, dass wir tatsächlich weiter unten unter dieser Marke müssen. Und dann können wir uns tiefer orientieren. Ich mache mal ganz kurz hier noch die runden Marken aus dem Chart raus. Die liegen etwas über dem, was ich zeigen möchte. Also wir haben nach unten hin, ja mit Blick sozusagen in diesen Aufwärtstrendverlauf, den wir in diesem Kanal hier hatten, das Trendtief hier um die 6.485 Zähler. Dann das aktuelle Trendtief hier, also von diesem eingezeichneten Trend bei 6.435. Und wenn das erledigt wurde und der Markt tatsächlich noch tiefer möchte, dann können wir uns hier diese, ja sage ich mal, das Korrektortief bei 6.400. Beziehungsweise hier das initiale Beginnlevel dieses Aufwärtsschubes bei 6.355 als Unterstützung auch raussuchen, wo der Markt möglicherweise hineingeht. So weit ist es definitiv noch nicht, ja. Das heißt, wir müssen erstmal abwarten, ob tatsächlich jetzt dieser erste Schub nach unten weiter in die Tiefe geht oder ob der Markt sich nach oben hin orientiert. Wenn wir hier über dieses Hoch drüber laufen bei 6.808, dann ist natürlich dieses gesamte Schurtsszenario total hinfällig. Dann müssen wir uns auf der Oberseite weiter auslassen. Da haben wir den nächsten Widerstand hier oben bei 6.665 Zählern in etwa grob über den Daumen. Das ist das Level, als dieser Trend nach unten gebildet wurde. Und das sehen wir übrigens auch. Ich habe das ja nicht ohne Grund hier in Magenta auch eingezeichnet. Wenn wir in die Stunde mal reinschauen, dann sehen wir halt den Markt momentan hier so ein bisschen, ja, nach unten laufen. Und was halt hier an dieser Stelle interessant ist, ist die Tatsache, dass dieser Schwung, den wir hier nach oben gehabt haben, der ist halt rausgenommen worden. Das heißt, wir sind tatsächlich unter diesem Kanal drunter gelaufen. Und das ist das Bild, was wir hier jetzt sehen. Und wie schon gesagt, dieser Schwungbereich hier um die, naja, knapp 6.500 Zähler, der muss nach unten unterschritten werden, damit hier die Bestätigung zur Unterseite kommt. Das ist das, was uns hier der Markt im australischen Aktienindex auch anzeigt. Schauen wir jetzt mal noch in die Fragefelder rein. Moin Fernando, Ronny, Ralf, Servus. Und Frage haben wir hier, kann ich etwas zum US-Dollar, japanischen Yen sagen? Klar, mache ich gleich, kurzen Augenblick. Schauen wir rein. Währungspaar, US-Dollar, japanischer Yen. Ich hatte gestern tatsächlich überlegt, ob ich den Yen heute Morgen nochmal so ein bisschen mit betrachte und als Handel sie den mit reinnehme. Aber mir gefällt hier momentan die Signallage einfach noch nicht. Das heißt, was wir hier im US-Dollar, japanischen Yen haben, wo ich dann persönlich auch drauf schaue, dass es interessant wird, ist einfach die Geschichte, dass wir die Umkehr bekommen. Und hier ist halt die Umkehr insofern noch nicht da, als dass ich sage, gut, ich hatte heute schon einen zweiten Yen drinnen, deswegen habe ich das rausgelassen. Was haben wir hier momentan liegen? Wir haben hier einen Abwärtstrend am Laufen, das haben wir ja gesehen, wir hatten ja darüber gesprochen, als wir hier oben bei 108,47 in diesem Widerstandsbereich abgeprallt sind. Und damit hat sich mittlerweile auch ein Abwärtstrend etabliert. Ich zeichne den mal ganz kurz ein. Der ist jetzt im kurzen Bereich natürlich federführend. Lasst mir mal kurz die paar Sekunden die Farbe hier umzustellen. Federführend aus der Richtung, dass wir jetzt halt im untergeordneten Bereich einen Abwärtstrend haben. Und dieser Abwärtstrend ist halt korrektiv zu dieser Bewegung noch. Das heißt, hier ist genug Platz gewesen, dass ich einen Trend auch ausbilden kann. Und an dieser Stelle läuft das halt jetzt in die Tiefe rein. Und jetzt haben wir hier auch so eine Flagge. Das heißt, wir sehen momentan in sehr, sehr vielen dieser Trends, die abwärts gerichtet waren, diese bärischen Flaggen hier am Laufen. Und hier ist es halt so, dass der Markt aus der Flagge ausbrechen muss, um die Unterseite auch mit anzugehen. Das heißt, das ist das, was wir hier sehen. Nur der Markt hier im US-Dollar-Yen ist aktuell in der korrektiven Phase halt immer mal so ein bisschen unentschlossen. Wir sehen es ja auch hier. Es geht runter und dann stark auch nach oben rein. Und wenn wir uns das mal im kurzfristigen Bereich anschauen, dann haben wir hier sehr, sehr schön laufen, diesen Aufwärtstrend. Man sieht ihn schön nach oben schwingen hier. Schön steigende Hochs und steigende Tiefs, die wir tatsächlich auch da haben. Und das kann sich schon noch ein ganzes Stückchen nach oben hin mit fortsetzen. Wir müssen halt einfach sehen, wir sind jetzt schon gut in die korrektive Phase reingelaufen. Wir haben über 50 Prozent mitgenommen. Und das Level, was ich hier eingezeichnet habe, zwischen 107,7 und 107,6, so dieses Staulevel hier, dieser Bereich, hat jetzt schon mal für einen Test gesorgt, wo abverkauft wurde. Wenn hier tatsächlich Schwäche reinkommt, dann haben wir tatsächlich auch die Chance, nach unten zu laufen. Aktuell sehe ich das im Tagesschat allerdings noch ein bisschen anders. Hier haben wir die Flaggenformation und es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass der Markt rumdreht. Tut er das? Dreht er rum? Dann können wir uns zur Unterseite orientieren. Und dann haben wir nämlich auch ein paar interessante Level liegen. Auf der Unterseite, wenn wir uns die Korrekturtiefs mal anschauen, hier unten haben wir es liegen, einmal hier um die Marke, kurz einen Augenblick, mit Fadenkreuz sieht man es besser, um die Marke hier knapp 107. Der nächste Bereich wäre dann hier die 106,8 und dann haben wir hier unten schon den Schwungbereich am Trendtief hier zwischendrin bei 106,6 bzw. hier bei 106, knapp 5. Das sind die Marker, die wir hier dann in diesem Aufwärtstrend an den Korrekturtiefs auch sehen, wo wir uns auf der Unterseite orientieren können. Aber wie schon gesagt, momentan sehe ich persönlich dort an dieser Stelle noch nichts. So, Elena reitet heute aus mit Pferdchen unterwegs. Ansonsten Fragen sehe ich jetzt hier im Facebook nicht. Ich gucke noch mal kurz auf GoToWebinar, da haben wir ja auch immer einige Zuschauer dabei, da gibt es heute auch keine Fragen. Das heißt an dieser Stelle danke für die Zeit und allen guten Trades bis morgen. Da geht es dann am Freitag natürlich wieder rundherum um das, was in dieser Woche auch passiert ist. Das heißt, es gibt auf alle Fälle Handelsideen. Wir schauen uns mal wieder die großen Indizes an und wir machen im edukativen Bereich, nachdem wir die Wochenvorschau gemacht haben für die Nachrichtenlage nächste Woche, machen wir hier weiter mit der Kurzserie von Handelssignalen. Wir hatten ja über einige wichtige Kerzenformationen schon gesprochen. Morgen spreche ich dann über ein paar, sage ich mal, Korrektur, wie will ich sagen? Naja, es sind nicht richtig Korrekturmuster, aber es sind Korrekturen, aus denen man gut im Markt heraus in Trendrichtung auch mit traden kann. Das gibt es dann morgen im zweiten Teil. Seid gespannt und gute Trades für den heutigen Donnerstag. Bis dahin. Tschüss.